Kann sein, dass das eine etwas andere Ausgabe von Die Woche in Kurz wird. Es war aber halt auch eine etwas andere Woche. Vor allem war es eine etwas andere Bund-Länder-Konferenz. Da wurde gerungen und gecoilt und laut Markus Söder schlumpfig gegrinst. Und da hat er sich auf Olaf Scholz bezogen. Da würde ich aber doch gerne wissen, wer von den beiden eigentlich blau war. Zum Schluss hat man sich dann auf diesen Öffnungskatalog geeinigt. Und ich möchte nicht sagen, dass der etwas verwirrend ist, aber sagen wir es mal so, ein David-Lynch-Film ist dagegen eine echt straighte Angelegenheit. Es ist deshalb jetzt Zeit für eine sachliche Rückschau, für eine nüchterne Analyse und einen flammenden Appell. Na gut, und ein paar Andi-Scheuer-Witze sind schon auch noch dabei. Jetzt. Es war eine schwierige Entscheidung, die die Teilnehmer der Bund-Länder-Konferenz da am Mittwoch treffen mussten. Entweder wir sagen den Leuten die Wahrheit, nämlich, dass die Infektionszahlen wieder steigen, wir eine Scheißangst vor Mutationen haben, rufen sie dazu auf, sich noch eine Zeit lang zusammenzureisen und stecken zeitgleich alle Energie ins Impfen und Testen. Oder wir geben dem öffentlichen Druck nach und entwerfen einen Öffnungskatalog, damit die Leute dann alle vormittags ins Gartencenter rennen und nachmittags auf eine Grillparty und dann zwei Wochen später wieder alle zu Hause hocken, weil die Intensivstationen voll sind. Tja, war wohl eine schwierige Entscheidung. Ich könnte auch nicht sagen, was ich da sinnvoller finde. Man weiß nicht so ganz, was die Kanzlerin und die Landesfürsten da geritten hat, aber vielleicht war es ja die beruhigende Aussicht, dass sich zeitgleich Jens Spahn und Andi Scheuer in einer Taskforce darum kümmern werden, dass die Bevölkerung mit ausreichend Selbsttest versorgt wird. Ja, sorry, ich würde es auch gerne ernst nehmen, aber Spahn und Scheuer in einer Taskforce? Ich meine, wer hat angefangen mit den schlechten Witzen? Andi Scheuer, der bestellt jetzt wahrscheinlich für 8 Trilliarden Euro selbst gebastelte Tests beim Schwager seiner Tante, die den Steuerzahler dann nochmal 12 Trilliarden Euro kosten, weil die EU rausfindet, dass der Schwager die aus Elfenbein schnitzt. Klassischer Scheuer-Move. Und auch Jens Spahn, Sie erinnern sich, kurzzeitig mal die Lichtgestalt im Corona-Kabinett, jetzt eher so ein bisschen das Sparflämmchen im Frühjahrssturm, hat sich durch seine Erfolge bei der Impfstrategie nicht gerade für größere Aufgaben empfohlen. Ich meine, 5% der Deutschen sind bisher geimpft. 5%! Da hat sogar die Telegram-Gruppe von Attila Hildmann eine bessere Impfquote. Immerhin wird jetzt in einem Modellversuch getestet, ob demnächst auch Hausärzte die Impfung verabreichen können. Und da habe ich genau eine Frage. Warum denn nicht? Ich meine, in Amerika darf mittlerweile jeder, der weiß, wo bei einer Spritze vorne ist, das Zeug verimpfen, teilweise sogar in Fußballstadien. Und in Deutschland sind die Hausarztpraxen nicht gut genug dafür? Selbst jeder mittelmäßige Landarzt, der vormittags noch den Dorfschmied von der Maul- und Klaunseuche kuriert und nachmittags den Kühen die Euter durchpustet, hat ja wohl in seiner Praxis einen Kühlschrank mit Gefrierfach stehen. Da kann man doch mal die Migränemaske der Arztgattin und das Kornetto Nuss der Sprechstundenhilfe ein bisschen zur Seite schieben und noch ein paar Fläschchen AstraZeneca verstauen, oder nicht? Sie sehen, ich bin emotional ein bisschen aufgewühlt. Das hat aber auch einen Grund, denn wer ist bei all diesen Öffnungsdiskussionen mal wieder komplett hinten übergefallen? Genau die Kultur. Okay, irgendwo hier hinten ist auch von einer Öffnung von Theatern und Kinos die Rede. Aber ganz ehrlich, wie sollen wir jemals dahin kommen, wenn ab nächster Woche wieder ganz Deutschland die Fußgängerzonen stürmt? Wer soll ins Theater gehen, wenn bisher nur Leute geimpft sind, die nach der Tagesschau eher selten das Haus verlassen? Und wenn die Theater- und Konzerthallen wieder öffnen, dürfen da dann nur Leute auftreten, die aus Orten mit demselben Inzidenzwert kommen? Also nix gegen die Höhne, aber ich würde schon auch gerne mal wieder jemand anders in der Köln-Arena sehen. Es ist eine schwierige Lage und deswegen habe ich heute eine etwas außergewöhnliche Bitte. Ja, es ist eigentlich sogar ein bisschen altmodisch, denn es geht um sowas Antiquiertes wie halten Sie sich fest, greifen Sie zum Riechfläschchen. Solidarität. Wenn auch Sie ab und zu ein bisschen an der aktuellen Pandemie-Politik verzweifeln und sich fragen, welchen Sinn es noch hat, sich an die ständig wechselnden Vorgaben zu halten, machen Sie es für die Kultur. Wenn Sie sich fragen, ob Sie nächste Woche schon in die Nachbarstadt fahren sollen, weil da schon wieder alles auf ist, oder ob Sie es vielleicht doch noch zwei Wochen ohne neuen Julien-Hobel aushalten, denken Sie an Ihre Lieblingsband und wie gerne Sie die mal wieder live sehen würden. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie sich wirklich mit fünf Personen aus dreieinhalb Haushalten mit 28 Kindern und einem Ameisenbär treffen sollten, nur weil das halt gerade erlaubt ist, oder ob Sie es vielleicht doch noch ein paar Tage im engeren Kreis aushalten, denken Sie an Ihre Lieblingskomikerin oder Ihren Lieblingskomiker, die Sie vielleicht auch was Schöneres vorstellen können, als zu Hause zu hocken und Witze in eine Handykamera zu sprechen, während Sie sich mit Ihrer Ringleuchtekreise in die Netzhaut brennen. Habe ich gehört. Und es geht ja nicht nur um die Kultur, die Gastronomie ist ja genauso, ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch, gefickt. Wenn Sie also gerade überlegen, ob Sie sich wirklich den AstraZeneca-Impfstoff spritzen lassen sollten, oder ob Sie lieber noch ein bisschen warten, weil Sie dann vielleicht den geileren Scheiß von Biontech oder, was weiß ich, Stark Industries kriegen, denken Sie einfach mal an Ihr Lieblingsrestaurant und die Leute, die dort arbeiten und die wahrscheinlich auch in Zukunft noch gerne einen Job hätten. So, soweit mein flammender Appell. War noch nicht flammend genug? Okay. Ja, ich weiß, schlechter Witz. Aber Sie müssen immer bedenken, Scheuer und Spahn. Taskforce. Schönes Wochenende. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020